Es ist Zeit für einen kleinen Rundgang durch das Drei-Phasen-System von Sanfte Geburt. Drei Phasen, weil Phase 1 bekommst du sofort freigeschaltet nach deiner Anmeldung. Und diese Phase 1 bereitet dich vor auf die Phase 2, das ist der Live-Trainingstag. Phase 3 ist dann die Vertiefung, die Integration in deinen Alltag mit kleinen, spielerischen 2-3 Minuten Übungen. Ich bin ein Freund von kurzen Übungen, die aber immer wieder erholt werden. Das ist das Drei-Phasen-System und ich nehme dich jetzt am besten gleich mal mit in den Member-Bereich. Du wirst dann auf der Startseite ein Einführungsvideo sehen, eine Checkliste dazu. Du wirst wunderbar geführt nach diesem Einführungsvideo, weisst du, welche Schritte zu tun sind. Du siehst hier auch ein wöchentliches Online-Treffen mit mir, jeweils von 90 Minuten. Da kannst du deine Fragen stellen, da sind immer die aktuellen Daten drauf. Diese drei Videos, die solltest du als erstes dann schauen. Gebärmuttermuskulatur, wie funktioniert die idealerweise? Die Atmung, wie elementar die drei Atemtechniken sind, die wir einüben und wie du dein Drehbuch Wunschgeburt erstellst. Du siehst, es ist schmal gehalten, weil ich bin auch ein Freund von Pareto optimiert, das heisst mit wenig Aufwand, maximalen Ertrag. Das Kursdossier findest du in Phase 1 und das sind einige kurze Impulse hier, die du dann am Anfang durchliest. Das dauert vielleicht 20 Minuten, dann kommst du zu den 21 Tagesimpulsen und diese 21 Tagesimpulse ist in Phase 1 grundlegend das, was dich dahin führt, um zu verstehen, was wir in Phase 2 dann live einüben. Das ist wie eine Aufwärmphase, die Grundlagen, die Prinzipien kennenlernen für Phase 2, damit wir dann sofort diese sieben Stunden Live-Training machen können. Danach könntest du gebären. Du hast die sechs Gebärkräfte integriert, du weisst, wie der positive Flow sofort abrufbar ist. Du kannst in Sekundenschnelle Glückshormone wie Oxytocin, Endorphin, Serotonin erzeugen, produzieren, ausschütten lassen. Dein Partner ebenfalls gleichermassen weiss, wie er dich in den positiven Flow führt. Diese Phase 1 mit den 21 Tagesimpulsen bereitet dich auf diesen Phase 2 Tag vor. Da gehen wir mal in eine der 21 Impulse rein, die sind jeweils zwei Seiten mit einem kleinen Tagebucheintrag. Du siehst also, das braucht auch nicht mehr als vielleicht fünf Minuten so einen Beitrag zu lesen. Es gibt manchmal eine kleine Übung oder ein Audio dazu. Du kannst das draussen hören, überall auf dem Handy, tauglich mit QR-Code. Und so kannst du das ganz kurz durchlesen und entsprechend hat es manchmal auch Audios. Die kannst du irgendwo hören, mit dem Handy QR-Code einscannen und dann, wenn du willst, das auch herunterladen aufs Handy, dann hast du das. Und du hast ja lebenslangen Zugang übrigens zum Member-Bereich. In Phase 1 findest du auch nur Kurzdurchgang, wie man ein Drehbuch der Wunschgeburt verfasst. 15 Minuten Video, da hast du ganz viele Anleitungen hier unten drunter, wie das andere Teilnehmer vor dir gemacht haben. Da gibt es Vorlagen, wunderschöne Dinge, wo du dich inspirieren lassen kannst. Drehbuch Wunschgeburt ist Magie, wenn man weiss, wie man seine Wünsche, Ziele und Träume manifestiert. Dann hast du Videos und das ist eine der zentralen Bestandteile dieses Segments. Da hast du dann ganz einfach draufklicken, bestimmte Übungsvideos, zeige dir haargenau jede Sequenz vor, auch für den Partner, wenn er bei der Partnerin irgendwelche Übungen machen kann und darf. Und so kommst du in diese ganzen einzelnen Übungssegmente hinein. Hier gibt es Grundtechniken, also sehr kurz gehalten. Es geht jetzt eine Minute 47. Du siehst also schon, ich bin ein Freund von komprimiert, aber das Wesentliche und das dafür richtig einüben. Das ist viel mehr wert als ganz, ganz viel und viel, viel Zeit, die du dafür brauchst und am Schluss hast du die Essenz nicht wirklich daraus gewonnen. Das habe ich die 15 Jahre, als ich das sanfte Geburtkonzept erforscht habe, wirklich für mich entschieden. Ich bin Pareto optimiert mit 20%, 80% schon rausholen mit wenig Aufwand und dann die maximalen Ergebnisse, indem man einfach das immer wieder in kleinen Übungssegmenten integriert. Das war die Videorubrik. Dann gibt es die Audiorubrik, da hast du 15 Tiefenentspannungen, Audioflow-Erlebnisse, wie ich es nenne, auch für besondere Umstände hier zu sehen, wenn du ein negatives Geburtserlebnis hattest, wie du das auflöst. Ich bin Traumatherapeut, also ich habe dir da eine 30-minütige Tiefenentspannung integriert, in der du dann schlussendlich das Negative in ein positives umdrehst. Danach bist du frei. Das kann man machen mit einer Tiefenentspannung. Auch wenn das Baby sich nicht dreht, Baby dreht sich aus Steisslage, dann hast du hier verschiedene Tiefenentspannungen, Subliminals, also Entspannungsmusik mit nicht hörbaren, bewusst nicht hörbaren Botschaften, positiven, die sind aber eingewoben in dieser Musik und geben Schwingung auf deine Gehirnzellen, auf die ganze Körperkonstellation und bewirken unbewusst positive Muster, die in dir erzeugt werden. Das ist einfach eine wunderbare Geschichte, wenn du mit Audioflow-Erlebnissen, mit Subliminals arbeitest, die kannst du immer, überall, jederzeit hören und du erreichst dein Unterbewusstsein. Dann gibt es Wissenswertes und andere Rubriken. Hier sind dann ganz bestimmte Dinge drin, die Wassergeburt, besser Stillen und Vitamin D3, Wochenbett-Tipps, alles, wie du im Impfen schon genug früh schaust, all diese Dinge sind hier zu finden. Das war Phase 1. Und dann bist du vorbereitet und das kannst du auch noch in der 38. Woche für dich nutzen, weil es ist wenig. Diese paar Videos zu schauen, diese paar Impulse zu machen, bringt dich dahin, dass du bereit bist für den siebenstündigen Phase 2 Trainingstag, vor Ort oder live online. Und nach diesem Trainingstag kannst du gebären. Du bist vorbereitet, du hast das integriert. Und wenn du dann nach Hause gegangen bist, schalte ich dir automatisch Phase 2 und Phase 3 frei. Das wäre dann hier die Phase 2. Gehen wir da mal rein. Du hast wieder ein Einführungsvideo und ganz kurz unten drunter siehst du alle Module, die wir beim Trainingstag eingeübt haben. Also du hast den ganzen Trainingstag noch einmal in Videoform. Jede Übung, jedes Segment, jedes Modul. Du kannst das zu Hause nochmal in aller Ruhe anschauen, vertiefen, verinnerlichen. Also das ist ein Mehrwert, anstelle nur an einem Kurs und dann gehst du nach Hause und hast nach zwei, drei Wochen die Hälfte schon wieder vergessen. Das will ich anders haben, weil das Gehirn kann nur durch Wiederholung Dinge vertiefen. Das hättest du hier drin. Wir gehen hier mal auf ein Krafter-Auslöser-Modul. Dann siehst du, es sind hier zwei Videos. Unten drunter schön vorbereitet für dich zusammengefasste Videos. Eine To-Do-Liste. Und wenn du das durch hast, könntest du, wenn du wollen würdest, zum nächsten Modul gehen. Wie erwähnt, das musst du nicht. Das ist ein Supplement. Also eine Zugabe, weil du warst ja am siebenstündigen Trainingstag. Und dort haben wir das alles integriert eingeübt. Aber wenn du das wollen würdest, kannst du zu Hause das einmal vertiefen hier. Dann gibt es vielleicht ein Modul wie hier, Kraft der Vorstellung mit drei Videos. Und so gehst du die ganze Phase 2, wenn du das wollen würdest, durch. Und dann gibt es aber etwas, was in meiner Sichtweise, in meiner Forschungsarbeit unbedingt sein muss. Und das ist diese Phase 3. Das ist die Vertiefung von dem Gelernten in deinem Alltag. Damit Automatismen entstehen. Und diese Automatismen, die übst du bei mir in zwei bis drei Minuten spielerischen kleinen Übungen ein. In deinem Alltag. Im Geschehen des Alltags. Und diese zwei bis drei Minuten Übungen, die findest du hier in Phase 3. Da gehen wir mal jetzt rein. Du könntest die hier oben übrigens auch in die Mailingliste eintragen. Und dann bekommst du jeden Morgen um 6 Uhr eine kleine Video- oder Mailbotschaft. Und in dieser Botschaft findest du dann diese zwei bis drei Minuten Übungen, die du in deinen Alltag integrierst. Also du wirst von mir an der Hand genommen, geführt bis zur Geburt. Tag für Tag. In diesem spielerischen Gewohnheiten aufbauen, das merkst du nie einmal, wirst du plötzlich das so lieb gewinnen, dass du das dein ganzes Leben danach ausführen willst. Weil diese eingeübten Strategien, die sind für jeden Lebensbereich universell einsetzbar. Das wirst du also mit der E-Mail-Liste erhalten. Dann siehst du hier, Phase 3, hättest du hier alles noch einmal in ganz kurzen 5 bis 10 Minuten Videos zusammengerafft. Die allerwichtigsten Dinge. Und du siehst, das ist nicht sehr viel. Diese paar Videos bringen dir die Essenz des ganzen Trainings noch einmal näher. Und in dieser Phase 3 findet dann ebenfalls der Partner. Gehen wir da noch einmal rein. Hier findest du das Partnerbereich, seinen eigenen Online-Bereich. Also du bekommst als werdender Papa Video-Audio-Strategien, wie du deiner Frau und deinem Kind ein herausragend guter Begleiter wirst. Das war mir so ein Anliegen, die von Mann zu Mann Vorbereitung. Dass ihr ein Paar werdet, das ist einfach unschlagbar nachher. Der Partner ist ein Fels in der Brandung. Der hat hier in Phase 3 seinen eigenen Bereich, wo er dann da drin von mir erklärt bekommt, über verschiedene Dinge, wie er dir zur Seite stehen kann, Rückenmassage, verschiedene andere Strategien, Massagetechniken. Da gibt es PDFs, Checklisten, alles drin. Und er hat eigene Audios, um ebenfalls mit tiefer Entspannung vielleicht seine Unsicherheit in Sicherheit und Vertrauen umzuwandeln. Um sich selber so im positiven Flow zu befinden, dass ihr miteinander euch so emporhebt im positiven Flow, dass einfach alles andere hervorragend gelingt. Das waren kurz eingeblickt die drei Phasen. Die schalte ich dir, also Phase 1, sofort nach der Anmeldung frei. Und wenn du dazu Fragen hast, jederzeit schreib mir, ruf an. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell gegangen ist, ich wollte dir nur zeigen, es ist simpel aufgebaut. Das Wesentliche ist drin, mehr brauchst du nicht, weil du den Trainingstag hast. Du hast diese sieben Stunden und danach weisst du alles, wie du es abrufen kannst, automatisch auch im Geburtszimmer. Und genau um das geht es, um dieses Training, das mit Freude ein Erlebnis wird und euch als Paar so zusammenschweisst, dass ihr einfach ganz automatisch eine zauberhafte Geburt erleben dürft, wie es Mutter Natur schlussendlich vorgesehen hat. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja bald im Member-Bereich. Wenn ich dich begleiten darf, dann in Phase 2, live vor Ort. Und ich, wenn du das wünschst, bin gerne für dich da auf deiner Reise zur natürlichen Wunschgeburt.